XII-Unterricht Pachara und Hengal verbringen die meiste Zeit zusammen. Immer schön unauffällig in Reihe 2. Bei den Multifächern ist ab jetzt auch jedes Mal Swinennisch mit von der Partie. Im Fache Interregionskommunikation steht für jeden Schüler ein Referat auf dem Programm. Eine kurze Vorstellung der Heimat und deren Gebräuche. Die meisten werden dies auch mit einem kurzen Vortrag an der Tafel abhandeln, alle bis auf Swinennisch. Dieser will die Ruba-Musik vorstellen und auch da zu tanzen. Es kommt sogar noch schlimmer jetzt sucht er einen Backkro und Tänzer, damit der Auftritt gewichtiger wird. Mit riesiger Schnute und gewaltiger Trauermäne schleicht er gerade an Hengai und Pachara in der Kantine vorbei. Was ist denn mit dir los? Fragt der junge Prinz den zerstreuten Ruba. Ah, oh jemine, fragen ich alle, keiner tanzt.